Hey mein, so die Spiel ist sowas von stabil, dass ich euch immer mal hier den Anfangs-Screen zeigen wollte. Oh, schön. So, jetzt zieht's aber wieder zurück. Ich mag Abstürze. Ich auch. Ja, Daumen hoch. Sag sogar mein Charakter. Ja, die Screens sind so schön, deshalb wollte ich sie euch hier nicht vorenthalten. Oh, schön. Woxberry. Dum dum dum. Ach, das geht sogar relativ flott. Ach ja, ach ja. Nur noch die letzte Stücke. So, jetzt bin ich wieder hier. Und der ist ohne mich weitergezogen. Obligatorisch hier in den Chat schreiben. So, jetzt kann man hier handeln. Ich hätte gerne einen Gun. Bull Gun, bitte. Aber die sind alle für Level 5. Eigentlich. Abo. Ja. Ich könnte was verkaufen, bevor ich doch gerade mal da bin. number 5. Okay. week. Verkaufen. Ich kaufte. Herr Kgress. Die hatte mich mal gemacht. Das war cool. Was wollte ich noch kaufen. Ah, eine 3-wieglige Trainingspistole. Nur 12 Geld mit Heaps. Meine Hose will ich ja noch behalten. Meine Mushrooms. Wir brauchen schon Mushrooms. So. Ich brauche die auch nicht. Mushrooms. Ja, die Serie brauche ich eh nicht. Die Serie, dann kann ich gar nicht mehr werden. Was ist das so? Das brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Und was ist das? Ach, keine Ahnung. Brauche ich nicht. Obwohl, nein, das weiß ich immer. So, okay. Jetzt habe ich etwas Geld. 500 Geld mit Tee. Ja. Geld. Geld. Wo kann man denn ein Schiff kaufen? Ja, musste erst Level 5 sein. Verdammt, wir müssen erst Level 5 leveln. Ach, ich bin schon dabei. Wo bist denn du? In Weedrich wieder mal. Kleine Pilze vergewaltigt. Hoffentlich kriege ich auch noch Erfahrung, oder so. Mir sieht es gerade nicht so aus. Weil ich noch verschreiben wollte. Okay. Dann ist alles wieder gut. Ja, gleich schlägt sie doch so super doll. So, jetzt werde ich den Wald betreten. Die epischen Nadescreen euch zeigen total. Ungeschnitten. Ich werde niemals Nadescreen rausschneiden. Niemals. Das wäre noch zu viel Arbeit. Ja, das sind zwei Leute und ihre Katze. Oh Gott, die Katzen. Ich bin gleich drin. Ich bin gleich drin. Ich bin gleich drin. Ich bin gleich drin. So, jetzt bin ich hier. Bin wieder drin. Jetzt gehe ich große Pilze vergewaltigen. Ja. Ich nehme nur alles was groß ist. Schöne Laufwege. Oh, schöne Landschaft hier. Nein, eigentlich nicht. Aber trotzdem. Hey, da ist ein Bär. Wohoho. Stierpunk, du. Wieso hast du nur Level 2? Ah ja, das ist normal. Was? Wasserflummi. Cool. Dieser kleine Bildschirm habe ich geguckt. Dafür soll auch sterben. Eppiches Lut. Mein Lut. Jeden kannst du mir sagen. Da, ich muss hier diese Nick Labgibsdinger. Oh, ich will jetzt nur noch den Schiff. äh, das Schiff. Ja, das Schiff wäre ja gut. Aber so ein Schiff, da könnte man dann so durch den OCR. Da kann ich dich dann auch zum Siebfighter ausprobieren. Aber da verliere ich noch mal. Nein, da werde ich den Kinn. Und umbringen. Das dauert ein bisschen. Und jetzt ist der Fungi tot. Und ich bin. Ah. So, jetzt wechsel ich mal die Waffen. Das war eigentlich ein jade Fungi. Oh, cool. Schuhe. Oh, cool. Und wie du hast dann, ist dann Schloss dran. Das habe ich noch nie verstanden. Ich habe, äh, das ist versiegelt. Das musst du entsiegeln. Und cool. Dazu musst du solche Rüst, äh, solche komischen, äh, Perlen angeln. So, dann muss man aber noch anderen dafür gehen. Und ich sterbe gleich. Sieben nicht. Cool, ich habe ein Shirt bekommen. Ich will auch ein Shirt. Ich bin jetzt Fan-Mate-Lirt. Ich will endlich Level 5 und dann kann ich endlich eine Hose anziehen. Ohne Hose um zu zerrennen, ist ein bisschen zu lassen. Hose ist doch awesome. Ich will auch eine Hose haben. Nee, wir rennen alle FKK rum. Nein. Ich will nicht FKK. Okay, FAA. Der Kind hat Erinnerungen an Urlauber. Cool, ich habe eine Hose. Ich habe auch eine Hose, aber die kann ich nicht anziehen. Ich auch nicht. Ach, das habe Level 5. Okay, Level 5. Wie ist das Level 5? Wie ist das Level 5? Das ist doch das Dingle. Ja, und wieso leveln wir dann? Das ist nur, weil wir ein Team sind. Nö, das ist eigentlich ganz schön flott, weil wir bekommen ja Bonus. Ah, stimmt. Okay. Und was sind diese Rezepte? Oh, habe ich hier viel bekommen. Also ich habe keine Kugel mehr. Ich habe keine Kugel mehr. Ähm, dann töte die kleinen. Ah ja, Moment doch, hier, hier sind noch welche. Ah, nein, nicht fürs Gewehr, für die Kanone. Achso, jetzt muss ich ein Gewehr benutzen. Oh, ich hab hier noch 40. Oh, die gehen auch nicht. Ach, guckt euch doch alle mal. Muss ich echt ein Gewehr benutzen? Ich will aber kein Gewehr benutzen. Ach doch, ich will ein Gewehr benutzen, das kann ich jetzt. Ach, niemand kommt an gegen mein Gewehr. Außer die Fungis, dem macht es kaum was aus. Wahrscheinlich, weil ich zu weit weg bin. Die Jagd zu sagen, für Fungi wurde eröffnet. Bei so'n Gewehr, wenn es zu weit weg ist, dann bringt es nicht so viel. Klar, du musst nur den richtigen Skill haben. Ich hab mir eingekauft. Oh, das sind ja Riesenhilfe. Ich warte mal umbringen. Auch wenn du mich jetzt wahrscheinlich One-Hitten werden. Kann mal gut eine Pfeife rauchen. Hilfe, ich werde One-Hitted. Ach. Ich sehe aber, du hast Null Schaden. Wieso muss ich eigentlich immer overpowered die Gegner angreifen? Das hab ich irgendwie immer so. Weil du Spaß dran hast? Ich bin irgendwie voll. In Teil habe ich auch mal die Bären angegriffen, obwohl ich jetzt glaube ich eins war. Bis zum Teil sind in der Mittwoch. Zwei Bären. Aha. Ja, Hauptsache. Das ist eine sehr그러ze, die nur glücklich zu Benzien. Auf geht es dort. Peng, peng. Das ist eine Erfahrung. Okay, ich mache doch nicht mehr. Ich mache doch null. Ich mache doch nichts mehr. Ich mache noch 48 Prozent, mehr. was ich überholt ich hab siebzig das ist groß geht die leuchten Prozent keine Ahnung wie du gewinnen sollst wir müssen noch irgendwelche Prozent ich muss keine finden ich hab die Küsten schon mit immer sind doch ich hab ein Kristall bekommen Meckle Debris ich freue mich schon unter den schwarzen Binnen ich will jetzt Level 5 sein und Bär ist vor mir Level 5, aber er stirbt gleich, jetzt soll ich eine Aufforderung nein, mein Derteidig da würde ich aber trotzdem gewinnen, ich bin geskillt verdammt verdammt ich bin totgeweilt nein cool, ich hab skillshirt ich sammle jetzt ein paar Pülse bis ich zähne dann ja, ich hab gleich zwei zwei Quests fertig ich hab auch gleich ein Quest fertig ich hab' ich jetzt kann ich mein Schwert anziehen du bist Level 5, äh 5 nicht mehr ich hab gleich, ich will auch Level 5 sein und dann ist die Welt wieder auf Fall Alter, ich soll 30 von den komischen Kristallen finden, die eh nirgends sind, aber nein, nicht mit mir ach, die bekommst du später noch ach einer ist ja gut so, den hab' ich jetzt auch gleich erledigt stimmt, ich kann jetzt meine Hose anziehen haha auch meine Hose ich bin auch meine Hose, ich fühl mich so nackt und, meine äh und mein Schwert, yeah aha, ne Florett aha, du bist abgeschlossen ha, jetzt bin ich dir überlegen, ich hab' ein Schwert ich will auch ein Schwert ich will auch ein Schwert mhm, mhm, mhm obwohl, wach'n, Stecker ist, wach'n von der Logik jetzt ja, wach'n, ok, Schwert und auch wach'n aber nicht, wenn du mich ständig mit den Kugeln verfehlst Alter, ich will jetzt endlich level Ding werden level, genug level fünf genau geht mir level fünf und ich will da fungi yeah, skill, ich komme no, warte auf mir hm, ich wollte den großen fungi anfallen dieser Typ hört nie aus mir Achtetischen Wohle Wettbewerb im Klub ich war zum Verstattungsstich Prozent 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 als Team Popper ist das meine Pflicht zu warten wo ist ein guter Partner Du hast mich mal umgebracht Hahahaha Halt bitte das ja nicht jahre vor Für immer Für immer Ich kann nicht eigentlich das Geld hier ausrichten G-Level up G-Level up G-Level up G-Level up Level up, rückwärts Ein Loot für mich Kein Loot für mich aber ein Kuchen schenke ich dir deswegen nicht es wird aber ein Kuchen es wird aber ein Kuchen ah, jetzt hab ich kein Kuchen für mich dumm soll jetzt rennen in die Stadt in die Stadt komm ich an, du bist ah ja, ich kann meine Hose anziehen hier ich bin bald nicht mehr so nackt gib mir die Hose ach, die ist noble naaaain muhahaha und da hab ich noch eine mit Siegel hm, die nehm ich dann wahrscheinlich wenn ich dann mal wüsste wie mein Siegel bricht hm mein Gott, was hier für Gestalten rumlaufen so, ich bin drin gleich nach der Zeit dumm, dumm ich gebe meine Quest ab und kommt ganz wie eb dann, ich will auch mein Quest abgeben und ich weiß noch nicht mal wo und welche Kurs hat Belohnung mit des Belastens bewegt Bewegungsgeschwindigkeit ist für 30 Minuten um 3% erhöht cool trinkt doch gar nichts man 30 Minuten ist schneller um besonders wenn du dich auslockst irgendwann ich mach das hier wie ich prophezei hoff ich das noch also jetzt jetzt würd ich gerne mal irgendwas tun mit meinem Level 5 jetzt was ich jetzt so bin weil Level 5 ist dann nicht gut oder hat ein großes Schwert wie auch jetzt hab ich nur Explorer genommen man wieso hast du mich dazu gezwungen äh gebracht was klauen gibt es ja auch gut hallo hier ich bin hallo hallo wer hat jemand oh ich kann drei Quest abgeben boah ähm cool ich hab jetzt was du zu mir schaffst was denn das ja oh wie viel muss ich muss äh ey jetzt bist du eigentlich leer hey ich bin leer ok nächstes ok den nehm ich auch mit äh und auch noch ne Level 5 vor Waffe wie geil ist das denn wir müssen unbedingt neugress wir müssen wieder ein paar Ding jagen ein paar schwache Pilze weil ich so ein Quest angenommen hab yay ähm zuerst fertig aber was ich mir wieder erleben what about skill hier Duel guns wenn Duel guns getragen werden erhöht sich der Angriff wert jaja bla ich glaub's nie ich ich hab Bärkostüm yay 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 ähm du musst dann nur auf Inventar und dann auf äh die Kiste die freigesetzt ist also die nicht rot ist und auf den Liebesbrief da dann bekommst du was ok ich hab Handschuhe hm ok aber Handschuhe ey toller Handschuhe wow und Liebesbrief ich möchte meine Gutscheinkarte bitte